Ein neues Fortnite-Paket ist erschienen. Alle weiteren Infos in diesem Video. Leute, ihr seht das im Hintergrund. Ich habe irgendwie gepennt. Besser gesagt, wir haben wahrscheinlich irgendwie gepennt. Es ist am 8.9. erschienen und zwar das Plünder Samurai Paket für Fortnite. Es kostet 15,99€ und jetzt haltet euch fest, ihr bekommt Zugang zu Rette die Welt. Ist das geil oder geil? Des Weiteren bekommt ihr den Helden Plünder Samurai Tiger. Ihr müsst glaube ich ein bisschen spielen, damit ihr den auch in Battle Royale bekommt. Danach bekommt ihr die Skizze für die Waffe Plündersperr und für Kreativ und Battle Royale Modus. Wie gesagt, den Plünder Samurai Outfit plus sein Rücken Assessor Plünder Sashimono. Seht ihr auch im Hintergrund im Bild. Aber das ist noch nicht alles. Falls ihr die Plünder Samurai Herausforderung macht, kriegt ihr 1000 V-Bucks zurück. Ist das geil oder geil? Plus ihr bekommt für Rette die Welt 1000 Röntgen Tickets durch tägliche Aufgaben. Also ich finde es echt gut. Eine einzige Bedingung gibt es, ihr müsst bei Rette die Welt, ihr müsst einmal rein in Rette die Welt glaube ich und ihr müsst einmal Sturmschild Verteidigung 1 in Heimatbasis 1 einmal spielen. So, ich glaube das sind die Bedingungen. Falls ich falsche Infos gesagt habe, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten kauft ihr euch das oder kauft ihr euch das nicht. Das würde mich gerne mal interessieren. In diesem Sinne sagen wir Ciao Ciao.